Ja, Wettklaubs habe ich gekriegt. Ja, hab ich auch als das in Boots. Cool. Ah, warte, da ist der komische Typ, den muss ich einmal anreden. Mann, ist das lang her, dass ich beim GG war. Das ist mir dann auch aufgefallen. Und eigentlich, wenn wir uns gegenseitig an den... ...wenn wir uns gegenseitig an den Kolos helfen wollen, stehen wir uns nur im Weg. Also aufteilen müssen wir uns so oder so. Boop, no wasps. Hier ist doch alle Magic-Ringe bekommen Melee. So wie ich das bisher gesehen hab und verstanden hab. Ja, die sind klassenspezifisch, was du kriegst. Ich meine, ich hab jetzt bisher bei all den Melee-Ringen, ich hab jetzt halt... ...Hangengard und Tronada, da ist überall noch Shooting. Bei meinem Tested Burst-Ring war es Magic und... ...Und... 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 ...Enhance... ...Enhance Tactics... ...Es... ...Adjance and... ...Attack Damage. Oh, grazie. Verkauft jemand bei euch eigentlich Summonsquals? Ich kann ein paar verkaufen. Guck mal welche. Was willst du denn dafür haben? Äh... ...Good question. Was will ich dafür haben? Ähm... ...Ich würd's derzeit auch noch gegen 100 Chips tauschen, ein paar. Man muss mal ja gleich irgendwie überlegen... ...ein fairen Tausch dafür. Ja. Na, wieviel sind derzeit? 15k... ...Fesor? Das wären 150... ...K... ...Fesorfrei liegt irgendwas zwischen... ...3-4 Mille... ...für einen Stone... ...für einen... ...Gradstone. 3-4 Mille... So. Echt ist es dann... Hm. Das ist eigentlich 1 zu 40 eher. Ich denke auch eher 1 zu 40. Also ich glaub hier 3,7 sind momentan welche im Markt. Oder 3,8. Ja, aber ich mach mal mit 30. Dann... ...wär... ...eigentlich so ne... ...Som-Scrime-Scroll... ...450.000 wert. Hm. Aber wir machen es so... ...eine für... ...zwei Chips. Ist ja fast schon im Clan. So viele hier bist. Ne, zwei für... Hm. Ne. Hm. Bla. Ö. Wie blöd. Ne. 3 für 1 Chip wär das eigentlich. 3 für 1 Chip wär das ungefähr. Jo. Jo würd ich machen. Okay. Hm. Wie viele brauchst du denn? Hm. Wie sag ich mir noch mal... ...n paar Chips sammeln. Aber... ...so hundert Stück. Ja, das wären... ...33 Chips dann ungefähr. Jo. Wunderbar. So wird man sich einig. Und gleich nochmal ein Summon bitte. Oh yeah. Für den Davi. Merci. Bitte sehr. Jo. Ja. Ja. Ich habe gerade den zweiten Guard gesucht und konnte mit dir, dass ich den schon gekillt hatte. Awesome. Fuck yeah. Ja, die standen aufeinander. Das hat meine Grenma die gleich zusammen erledigt. Hm, ja das kommt mir bekannt vor. Was benutzt du eigentlich außer Grenma plus Scout? Äh, Grenma und Musketier. Ja, ja.